Sie sind hier, 3. August 2018, 22.45 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Jonas Meffert L. hat mit seinem Tor gegen den Hamburger SV eine alte Rechnung des Karlsruher SC beglichen, Urheberrecht Imago mit seinem Traumtreffer für Holstein Kiel gegen den Hamburger SV begleicht. Jonas Meffert eine alte Relegationsrechnung zugunsten des Karlsruher SC. Von Conan Furlong mit großer Vorfreude und beträchtlichen Erwartungen war der Hamburger SV in die erste Zweitligasaison seiner Vereinsgeschichte gestartet. Alles sollte anders und besser werden nach dem dramatischen Abstieg, der den Klub in Trauer zurückließ. Den Träumen vom Start mit einem furiosen Heimsieg hat Holstein Kiel mit einem Paukenschlag den Riegel vorgeschoben. 3 zu 0 gewann der Dritte der vergangenen Saison beim Haushohern Favoriten und machte so seine eigene Enttäuschung von der verlorenen Aufstiegsrelegation gegen den VfL Wolfsburg vergessen. Doch nicht nur das, für Kiel's Jonas Meffert hat sich eine alte, Schmerzende-Relegationsrechnung beglichen. Der Schütze des traumhaften Kieler 1 zu 0 stand im Juni 2015 für den Karlsruher SC in der Relegation zur ersten Liga auf dem Platz, ausgerechnet gegen den Hamburger SV. Mehrfahrt-Handspiel besorgt den HSV-Klassenerhalt. Viele Fans werden sich an diesen Tag erinnern, als im Karlsruher Wildparkstadion Bundesliga-Geschichte geschrieben wurde. Der Hamburger SV war schon mit einem Bein abgestiegen, als Meffert Momente vor dem Abpfiff den Ball aus kurzer Distanz am Strafraumrand gegen die Hand bekam. Er hatte keine Chance auszuweichen, doch die Szene wurde zum Karlsruher Verhängnis. Schiedsrichter Manuel Griefe gab den umstrittenen Freistoß. Hamburgs Marcelo Dias trat an, versenkte den ruhenden Ball in der R91-Minute und versetzte so das gesamte Stadion samt Karlsruher Spieler in Schock. In der folgenden Verlängerung schoss Nikolai Müller den KSC zurück in die zweite Liga. Der Traum vom sensationellen Aufstieg war ausgeträumt, und Meffert war der Unglücksrabe. Punkt. Drei Jahre später wendete sich nun das Blatt bei seinem ersten Tor seit dem April 2017 nagelte Meffert den Ball atemberaubend in den Winkel und bescherte so den Fans des KSC eine lang ersehnte Genugtuung, die das Relegationsdrama vom Juni 2015 zumindest ein Stück weit ausgleicht. Lesen Sie auch Mission Wiederaufstieg Köln will dominieren Gluthofenstadion, so kämpft der Fußball gegen die Hitze.